Einen schönen guten Tag zu den Sporttipps vom Sportbund Rheinland zu diesem Wochenende. Es scheint, dass das Wochenende etwas regnerisch wird, das soll uns aber nicht abhalten, zu den Sportveranstaltungen zu gehen. Wir haben drei sportliche Highlights für euch in den Kalender geschrieben und wollen auch an diesem Wochenende, dass ihr aktiv werdet. Starten wir mit Eishockey in der Regionalliga West und der Partie zwischen den Bären Neuwied und Hamm. Heute Abend um 20 Uhr ist Anpfiff des ersten Drittels in der Eissporthalle in Neuwied. Dann gehen wir am Samstag in die erste Bundesliga des Kegelns. Der KSV Riol tritt an gegen Hüttersdorf um 16 Uhr in der Brunnenschenke in Riol ist dort Start. Und dann kommen wir zu den süddeutschen Meisterschaften im Trial. Hier geht es um Radsport und der DJK Trial Trassem organisiert die Veranstaltung am Samstag ab 11 Uhr und Sonntag ab 9.30 Uhr auf der Sport- und Trialanlage in Trassem. Und aktiv werden solltet ihr in Lorheim, beim SV Lorheim und auf dessen Parcouranlage. Hier findet die Parcour-Night statt von 18 bis 22 Uhr. Am Samstagabend könnt ihr aktiv werden und das Ganze auch überdacht. Das waren unsere Sport-Tipps für dieses Wochenende. Wir hoffen ihr bleibt sportlich und wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, wenn es heißt die Sport-Tipps vom Sportbund Rheinland.